In letzten Folgen Erklärt mir das! Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt. Vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Was habt ihr gemacht? Varic Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am... Diesen Verbrecher nach Valroyo zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Ach! Mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. In Ordnung wiederherstellen. Mit oder ohne eure Zustimmung. Helft uns die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Was soll denn? Ich bin kurz rausgegangen, weil mein Spiel ist abgeschmissen. Weiß nicht so. Aber wir haben wahrscheinlich nicht viel verloren. Was ist das? Was ist das? Okay, das ist ziemlich lang. Was ist das? 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 Astrastriantien. Astrastriantien. Was? Erlauben sie es dir die Geheimnis der Himmels zu entschlüsseln. Was? 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 Also wir sollen entschlüsseln. Was Wo sound Shh. Was? Was? Was stellt euch an eine andere Maquerung. Oder es war? Oh Gott. Accessibilität? Ah, hier rechts hat sie ja gesehen, hier war eine zu zeichnen, dann konnte ich ja machen. Wo fällt das hin? Okay, das haben wir erledigt, ist gut, geil finde ich. Aber was bringt das? Keine Ahnung. Vor allem, der später wahrscheinlich. Ja, da unten müssen wir gehen. Ja, irgendwo da unten. Also Leute, ich würde sagen, das war was für diese Folge und bis nächstes Mal, ciao.